Es geht schon wieder weiter. Es ist einfach kein Auskommen. Ich habe kein Auskommen. Hallo! Auch von mir. Lieber Mr. Qatafi. Qatafi oder Qatafi? Qaddaafi! Vielleicht kommt das von Qaddaafi. Qaddaafi wahrscheinlich. Du alter... Tyrann. Ja. Ja, ja. Ich habe mich durchgesetzt. Womit? Lasereye und Megamammut. Mammoth. Mammoth heißt Mammoth? Mammoth. Ah cool. Ich habe den Tank. Das ist gut, dass du den Tank hast. Oh, ich muss hier auf das Display gucken. Ja, ich habe den Two-Horn Demon, den wir letztes Mal nur ganz knapp nicht besiegt haben. Offscreen besiegt. Glaubst du, das wäre irgendjemand auch gefallen? Ja. Mr. Qatafi. Mr. Qatafi, bitte bestätige mich darin. Wenn ich nicht doof dastehe vor dir. Na 50. Boah, da war gerade ein Auge auf mir drauf. Und einer von diesen 50 ist ein Mammoth. Ja, der Two-Horn Demon war ein heftiger Kampf. Muss ich schon sagen, war krass inszeniert. Ich schieße die ganze Zeit auf den Mond. Aber ich denke, das ist ein Auge. Wirklich. Aber ich denke, wir sind auf dem Mond. Ach, das ist der Mars. Natürlich. Ich schieße auf den Mars. Ich habe mich schon gewundert, warum der Mond so rot ist. Ein Blutmond. Kennst du noch Blutmond? Blutmond? Ne. Was ist das? Da haben wir irgendwie so ein Ding. Das ist lange her. Ach so, das Wetterphänomen. Ja, genau. Ja, doch, doch. Da habe ich extra einen Pretzel aufgemacht. Genau. Beim Krabben. Ja. Hab ich ihn nicht gesehen. Schießt du auch fleißig auf die Augen? Ich schieße ohne Unterlass. Aber das ist nicht so richtig von Erfolg getrunken. Oh. Hä? Was? Geiler Bug. Hier ist ein unsichtbares Gebäude, was nur teilweise sichtbar wird. Ate that. Take that. Ach so. I ate that and it was not good. It tasted like Laserbeam. Hurrah. So, es sind nur noch elf Gegner. Und einer davon ist ein Mammut. Oder zwei. Vielleicht auch drei. Wir werden sehen. Acht, sieben. Für nur 160 Sekunden. Das geht so schnell. Das spielst du bald durch. Wir haben nur noch sieben Missionen. Vier. Drei. Zwei. Einer. Da ist er. Oh, er ist direkt auf meinem Tank gelandet. Der ist aber ganz schön geweilig groß. Ich glaube, er ist größer noch als alles andere. Oh, er will wieder saugen. Oh man. Entschuldigung. Nicht auf Dinger fahren, wenn du währenddessen nicht schießen kannst. Na, was soll ich denn hier mit meinen normalen Weapon won't have much effect? Ja, der hat much effect. Siehst du doch, wie sein Balken schon schrumpft. Er hat doch nicht von meinen Billigschüsschen hier. Ja, aber nicht in die Gelben. Guck mal, er ist geseased. Ja, er ist geseased. Kann dir das was helfen? Das hilft immer was, weil in der Zeitfolge geseased ist, kann er keinen Schaden anrichten. Ich zieh ihn noch weiter. Crosslaser, Crosslaser. Ich sehe nicht. Warte, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Genau unter seinen Füßen ist der Crosslaser. Ja, mein Plasmabeam ist nicht mehr seasable. Cross ihn weg. Nicht auf mich auch. Hast du ihn gehört? Wieder ein Mammut. Krass, sie sind wahrscheinlich in die Steppe gefahren. Oh, er ist ruckelt. Und zwar vor 100 Millionen von Jahren und haben da ein Mammut interviewt. Warum ruckelt das so? Ich weiß ich auch nicht. Ruckelt's bei dir auch? Wirklich. Ich seese ihn wieder. Nee, doch nicht. Ey, das könnt ihr glaub ich nicht sehen. Doch, ihr könnt es sehen. Unten. Pork ist heute der Weihnachtsmann. Das gefällt mir richtig gut. Ja, das ist gut. Seese ihn, ich hab den Crosslaser. Ja, mach ihn weg. Oh, er hat mich platzgemalt. Mit seinen malenden Füßen. Malende Füße, damit könnte man bestimmt Geld verdienen. Ach, gibt's doch, ne? Fuß gemalt. Malende Füße. Vielleicht dürfen meine Füße. Meine Füße. Damit könnte man bestimmt Geld verdienen. Bist du immer noch Crosslasermäßig? Ich hab ein Crosslaser am nächsten hier. Ich kann ihn jetzt nochmal festhalten. Fünf Prozent noch. Ich hab ihn jetzt geseased. Hier sie ihn. Bring it. Da kommt der nächste Crosslaser. Ach, das war's schon. Kein Ding. Ja, das war ja nicht so schwer. Er hat aber noch einen Stoßzahn. Den würd ich gern abmachen und verkaufen. Ein Ecuador-Buscheländer. Rank B. Wollen wir mal ganz kurz? Guck mal, ob hier alles läuft. Metal Earth. Man of Honor. Hab ich früher gespielt. Man of Honor. Ich hab den ersten Teil gespielt. Was ich gespielt habe. Zum Allersten. Zum Allersten. Ja, aber jeder in Metal of Honor Teil spielt in der Normandie. Payback kommt jetzt. Mit May Gibson. Ja, stimmt. Ich hab übrigens hier, ich hab einen neuen Tank. Aber der ist zwar krass, aber ich nehm den nicht, weil der ist nicht so geil gelevelt. Mir fehlen nur noch zwei Tanks. Für einen brauch ich noch 288 Medaillen. Noch weitere 288 Medaillen. Ja, guck mal. Guck mal. Boid-Droid-King. Wir haben ein Gesicht. Ja. Wie kannst du denn König von Häusern sein? Die haben doch keine Monarchie. Offensichtlich doch. Ein sehr lehrreiches Spiel. Aber sind sie ja nicht die Könige von den Häusern. Sondern ein Haus, der zufällig auch ein König ist. Das sind ja Boid-Droids. Ja. Boah, jetzt hab ich... Oh. Jetzt schießt er seinen Laser. Das ist nicht gesund. Laser ist nicht gesund. Boah, Alter. Was geht denn hier ab? Die machen mächtig Dampf, die beiden. Du meinst... Du hast immer andere Waffen, oder? Je nachdem welche Mission es ist. Aber ich hab... Ich hab... Colossus-Missile. Gut. Schieß alles, was du kannst. Ich schieße. Jetzt. Bums. Ich hab eh nix, was mir was anhaben kann. Hast du das gesehen? Es ist einiges explodiert. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin unter den ganzen Häusern begraben. Good stuff. Es ist einfach nochmal das Level mit den Boildroids und am Ende kommt der König. Was? Alter, hier ist... Das ist ein Recycler. Aber auch Weihnachten am Start. Die hätten noch so viel mehr noch machen können, obwohl das Spiel so billig gestaltet. Oh, ich bin zerstört. Crosslaser. Oh Gott, der ist auf mich aufgefahren. Nein, ich hatte den Crosslaser und dann bin ich aber über eine Assault Machine gefahren. Scheiße. Und dann geht das... Jetzt kommt der Bulldog King. Ist der schon tot hier jetzt, der Typ? Es ging schnell. Hups. Man konnte kaum gucken, schon war der King tot. Da ist er. Ne, zwei. Jetzt kommen wir für die Goldenen. Was? Wieso? Wovon wurde ich denn jetzt getroffen? Die sind 100 Meter weit weg. Und ich hab mich... Ah, da ist noch einer. Drei. Scheiße. Oh Gott, ich bin mitten in der Schlacht. Ich sehe kein Land. Ich sehe nur Pixel. Oh, Crosslaser. Ihr Armpit. Ich weiß nicht, wo ich mich daran denken muss. Don't use your ammo. Waste your ammo. Oh, waste. Auf welchen Seite steht der Typ eigentlich? Das muss eine Kampagne sein gegen Gewalt. Don't use your ammo. Hä, da ist ein Crosslaser in die Twilight Zone gefahren, wo wir nicht hinfallen können. Das ist wirklich. Good stuff. Ah, stimmt. Da ist ein Verbotsschild. Einfahrt verboten. Die laufen hier irgendwie planlos rum. Alter ist tot. Oh. Das freut sich nicht viel. Das freut sich nicht viel. Der sitzt da hoch und trocken in seiner Kommandozentrale. Oh, jetzt hab ich auch mal was dickes hier. Achtung. Oh no, Mist. Völlig zu Recht gesagt. Mist. Gut, dass er das auf Deutsch kann. Jetzt kommt der King. Oh, Mann. Lass mich in Ruhe. Ich will ja auch mal töten. Erfolgreich. Oh, er kann fliegen. Ohne Witz. Der König kann fliegen. Oh nein, der ist grad gelandet. Oh, der ist ganz schön, der ist so Armageddon-mäßig unterwegs. Ja. Es hat keine... Der ganze Himmel ist rot geworden. Ja, weil der König gekommen ist. Oh, Mann ey, sein Laser ist mega stark. 2 Treffer und man isst Geschichte. Boah man ey, das ist ja ne... Das hast du gut gemacht, gut ge-crossed. Den müsste ich seasen, aber kann ich nicht. Das ist nix zum seasen. Na gut, dann darfst du halt. Das ist noch einer, noch ein blauer. Darf ich, oder bist du? Was denn, der hat ihn getroffen, der hat ihn genau getroffen! Ich hör immer nur Mist, wenn du dran bist. Ja, aber der hat ihn trotzdem getroffen, ich hab's gesehen. I still have some more tanks, good luck. Ha, das hat ich gemacht. König ist kaputt. Hast du den Öffner? Ja. Jetzt lebe der König, der König ist. Wir haben uns gar nicht halt geschehen, das Bier, ne? Das haben wir nicht dann. Macht auch nichts, das schmeckt gut. Stand ja auch lange in der Cade. Wir saßen heute nämlich vor einem Kiosk, wie die letzten Peckenpenner, mit einem Kasten Bier und zu unseren Füßen... Und wir haben nichts auf der Straße getrunken. Das habt ihr möglicherweise schon vor ungefähr acht Wochen auf unserer Facebook-Seite gesehen. Ja, take that bold road king, thanks for wrecking my gym. Ja, richtig, ist lange her. Der heutige Tag ist lange her. Auch verrückt, ne? Ja. Ja. Wir hatten gerade wieder einen wichtigen Dialog. Guck mal, wir haben erst ein halbes Video und schon zwei von unseren sieben Leveln geschafft. Noch fünf haben wir jetzt. Woher weißt du das eigentlich? Weil ich weiß, dass es 36 gibt. Okay, let's go. Und der hat schon Level 14 hier. Oh, der ist King Titan. Der kann beides. Was kann der? Feuer und Eis. Krass. Wie Two-Face. Ja. Nur mit beide Seiten kaputzen. Hast du eigentlich... Dark Knight Reises gesehen? Ja. Ich fand's ihn scheiße, oder? Nein. Äh, aber trotzdem nicht so gut. Also ich... Ich war ein bisschen hin und hergerissen. Ich fand's war ein super Erlebnis im Kino. Total... Der hat mich total weggebarmst und war so mega... dicht und packend und ganz schrecklich auch. Hat er so ne schlimme Atmosphäre. Aber ich finde, er hat der Trilogie keinen guten Abschluss beschert, weil er irgendwie... Es war alles so pointless. Da durch. Durch den Film. Aber es trotzdem... Lohnt sich auf jeden Fall, den zu gucken. Aber es ist schade, weil er viele Fehler macht und ganz viele Story-Lücken und... Schlechte... Ja, ist schlecht. Guter, schlechter Film sozusagen. Oder... So wie Biktor Pauski? Nein. Nicht so wie Biktor Pauski. Aber sehr ähnlich. Nein. Sehr unähnlich. Also... Also wenn mir ein ähnlicher Film einfällt... Dark Knight. Hast du das gesehen? Ja. Nein, weiß noch nicht. Was passiert? Ich hab ziemlich viel zerstört. Hast du die Kolossus-Messer gehabt? Ja. Und getroffen. Die sind wütend. Ja, sie sind wie... Oh oh. Oh oh. Die sind wie hier die Bob-Aumglauch, die man springt, die dann rot werden. Ja. Aber jetzt kommt der König. Hast du den schon gesehen? Noch nicht gesehen. Guck mal, da hat die Lande... Nein, jetzt kommen erstmal die Eistitanen natürlich. Das ist etwas blaues. Boah, der kommt direkt auf mich zu. Das ist echt wütend. Shit ey. Bist du bereit für ein Feuerwerk? Ja. Hau rein. Hau rein. Hau auf mich rauf. Voll gut. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Ich sag dir, wir schaffen das heute. Es ist das erste Spiel, das wir bei mir durchspielen. Ich bin richtig stolz drauf sein. Wir haben da natürlich noch nicht alle Medaillen, aber... Ich glaube, wir können auch immer verzichten. Das glaube ich aber auch. Ich glaube, ich schieße jetzt mal mit der anderen Schnopfs. Okay. Ich schieße immer mit demselben. Das ist ein Variety. Ich bin gesießt, äh, gefreeßt gewesen. Ein bisschen dasselbe. Seasen durch Friesen. Und wieder? Ja. Die kennen auch keine Gnade. Okay. Was machen wir denn, außer sie megamäßig abzuschießen? Das ist was Blaues. Oh, sie sind nur noch am Eisen. Das ist das Blaue? Gut. As you can see. Hat geklappt. Ich hole mir den nächsten blauen. Da ist einer gerade auseinandergefallen. Ja. Das war dein Berg. Oh, ich hab sie beide zusammengetroffen. Hut ab, hat er gesagt. Hut ab. Huch mal. Du bist immer vor mir an den Sachen, wo ich hin will. Oh, oh. King kommt. Guck mal, was für eine krasse, krasse Effekt das ist. Oh ja, da geht einiges. Kann man schon schließen? Ja. Wir haben nur noch 100 Sekunden. Ich glaube, das reicht nicht. Doch, wenn wir viele blaue Sachen kriegen schon. Boah. Meine Güte. Boah. Er brennt ganz Hyrule nieder. Hyrule. Guck mal, das ist Blaues. Willst du's? Ich nehme das hier. Ich hab mehr Schuss als du. Weil mein Tank so geil gelevelt ist. Tank und leveln. 73 Sekunden. Schaffen wir das? Wenn du weihal so mag, hast du noch einen? Oh, 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 er kommt. Er hat ein grinsendes Gesicht auf dem Bauch. Der schießt das gleiche wie diese anderen Jungs. Was Blaues? Zweimal. Ich nehme den Hintergrund. Du dumpst eine Forderung. Ich weiß nicht, was V0 ist von dir aus. Ich nehm den von dem du gerade weggefahren bist. Bist du dran oder ich? Jetzt bist du dran. Hier kommt noch ein Blauer. Kannst du gleich holen. Schaffen wir. Halb Minuten mehr. Oh, oh. Ich hab daneben geschossen. Der ist relativ schnell. Jetzt kannst du schießen. Ja, ich weiß. Das ist schlecht für die Colossus. Nein. Mist. Scheiße. Scheiße. Zehn Sekunden noch. Alter, das war aber knapp. Ich brauch gerade noch einen Crosslaser, aber das hat nicht mehr gereicht. Gut. Keine Zeit bislang verloren. Aber wir haben wieder Videopause. Drei Missionen erfolgreich abgeschlossen. Jetzt nochmal so viel und noch eine mehr und dann sind wir durch. Schade. Wonderful done, Benni. We? You. Die Auflösung folgt im nächsten Video. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.